Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, hallo Leute, heute machen wir den dritten Teil, EC 8081 Kavendel. Und zwar fahren wir heute von Garmisch-Brattenkirchen Richtung München mit der Baureihe 111 nochmal. Und diesmal noch länger, auf Garmisch-Brattenkirchen werden nochmal 3-4 BPMZ 293 drangehängt. Das sind die zweite Klassewagen, Großraumwagen von der UIC-LZ-Klasse. Ja, Sommerfahrplan 1991 wieder, lohnt er immer noch. Dann viel Spaß mit dem Video, Like und Abo nicht vergessen, ciao. ved, aufg aiut auf! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.